ich bin ein experte da sind wir wieder bei fallout the shelter war rollt nummer 900 und über 90% die machen wir gleich echt was los 6 mal hin mal gucken auch schon täuschen tauschen im radio hat doch noch platz bitte erkunden und das krallenangriff Das sieht echt krasse an, was die sonst in der Session schon haben. Die muss ich jetzt heulen. Boah. Der Tod ist eigentlich schon überlebt. Hier ist. Guck mal dorthin. E.E.C. Guck mal dorthin. Eigentlich bekomme ich das ja noch hin. Guck mal. Guck mal dorthin. 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 Da wimmelt ein Rader an. Riesengestank. Da scheint ein ganz neues Setting hier zu sein. Oh. Ja. Ganz schön viele Etagen hier. Ja. 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 Schade die Räume sind alle gleiche eigentlich. Ja. Schade schade. Ich habe mir etwas mehr Abwechslung gewonnen. Ja. Aber das Fahrzeug. Brunnen. Ja. 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 schon viele radar hier und zweifacher schauen aber alles noch mal noch mal noch mal leute man dass sie langsam verfolgt ja weiter nur am vernichten ich hab noch nichts eingesetzt brauchte noch nichts Handschuhe, jetzt dürfte der Raum sein oder der nächste Raum wo etwas passiert. Oh, das ist doch ganz unten, doch ganz unten, wow, komm, 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 komm,艘 us-team, wir sind eine richtige richtig so an hier ja jetzt die chefs Ihr wegen des Türknackers, ihr Troscheln, haben wir uns nur ausgebaut. Schön. Uh, ne schöne Kiste. So ne Waffe in Blau. Kisten, 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 Anzüge, Kisten, Anzüge. Elf bis zwölf. Beinahe gefährlich. Und... Oh Gott. Echt. Level up. So, alles verbundet. Dann... Verwalt mit euch. Lunchboxes. Na? 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 Konsens. Hier... Hier nochmal an die Produktion einer Stoffe bekommen. Um... ... ... ... ... ... ... Wenn ich also noch in die Robben habe,ira... aufgerüstet wird... ... ... Sie hat nicht das jetzt vergessen habe... ... ... Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Ihr habt euch wohl. Ciao, ciao. Ciao.